Sie sind nicht so ausgeworfen, oder? Wenn es möglich ist, versuchen, auszuweich. Ich weiß jetzt nicht warum... hat der dich geworfen? Noch nichts. Ich kann es gerade eben alleine hochklettern. Warum kann es das jetzt nicht mehr? Ja der kommt jetzt mit seinen schlingenden Dingen... ich meine mein charakter ja ich weiß nicht wie ich das machen soll komm an dem nicht vorbei und über das lava den kann ich auch nicht springen nämlich meine dings doch mit die munition ist das hier willst du mal nach unten ich weiß gar nicht ob das daran ab davon abhängt ob da ob ich da vorlauf oder du aber wir können es gerne probieren also ich war jedes mal hinter dir aber ich kann ja mal versuchen den aufzuhalten ich wollte jetzt mal einen anderen weg gehen aber es hat nicht funktioniert glaube ich so ein trial and error geht mir echt offen das letzte mal danach kommt kein trial and error mehr das weiß ich weiß ich ganz genau werde dieses spiel auch nicht platinieren das weiß ich jetzt schon genau so wie guitar hero und rock band und so was ist auch machbar warum ich kann nicht auf dem schießen der war der war der war so ich kann nicht ganz die markung findet er nicht so geil die markung findet er nicht so geil Ja, der war so wie die Fetten so. Der wurde getroffen und dann war der erst mal so... Dann können wir es ja eigentlich nochmal probieren. Mal schnell die hier da hinpacken und dann probieren wir es nochmal. Das kann ich jetzt nicht so stehen lassen. Ich muss jetzt anders. Ja, schon mit seinem Schlingelding da. Schlingelding? Ja, wenn der dazu hin und her wedelt. Meine Nase mit einem Fussel oder so. Ich weiß nicht wann er anfängt mit seiner Komischen. Jetzt fängt er an mit seinem Dings herumzuwädeln. Ok, das ist mir nichts gebraucht. Ich versuche das Dings zu treffen, aber... Ich treffe es einfach nicht. Hm. Autsch. Hat was nach mir geworfen. Wo ist er hin? Was passiert? Ich glaube ein paar Mal auf dem Licht nicht mehr. Ok, ich glaube er ist jetzt zu mir gekommen. Ja, ist er. Ich glaube, jetzt muss ich den Stein schätze ich mal machen. Hm. War in Festivals, wo auch immer es kommt. Everywhere. Nothing but loads of humans. Ich erkenne ein Muster, glaube ich. Ich finde es witzig, dass er den Stein boxt. Okay, kannst du dann jetzt da drüber hüpfen? Moment, die Sequenz ist noch nicht jetzt, ist die Sequenz. Kann sein. Naja, jetzt kann ich ja mal... Ne, ich kann da, ich darf doch nicht lang. Ja, wenn ich da jetzt drauf schieße, äh drauf laufe, dann falle ich runter. Komm ich probiere es einfach mal. Ich probiere es noch mal da drüber zu kommen. Achso. Achso. Schuhe mich, schießen. Toll, jetzt bin ich an der besten Stelle. Ich, ich war jetzt an der besten Stelle, wo man sein konnte, um auf den zu schießen. Ok, aber wissen wir jetzt aber Bescheid was, was getan werden muss. Dann nehme ich mein Scharfschützengewehr mit. Hab ja noch genug Platz. Also ich muss dann auf den Ballern, bis er zu mir rüberkommt und dann... Ich denke, das krieg ich hin. Habe ich noch eine Munition? Nimm mich doch glatt mal mit. Ja, dann auf ein neues. Fünf Schuss müssen reichen. Warum kannst du es verstehen, Chris? Bist du wirklich glaubst, dass wir uns schützen können? Wir sehen jedes Mal, dass man uns überspringen kann. Dann... Und jetzt mal rüber? Und da bist du. Okay. Jetzt läuft das Ding wieder auf. Jetzt hab ich... Ah, guck mal. Ist gar nicht so kompliziert, glaub ich. Musst nur einmal da drauf? Und anscheinend muss ich nur einmal hinten das komische rote Dings treffen. Okay. Soll ich jetzt erstmal den Stein umschubsen, oder? Ja. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das weg? Okay. 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 Lauf, 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 lauf. Ich versuche, den so lang zurückzuhalten. Wie ich kann. Bist du den Stein da reingeschubst hast? Ich denke, die Stelle, wo du jetzt stehst, ist eigentlich ganz gut, oder? Ja, ich bleibe doch stehen. Dann laufe ich mal weiter. Was ist denn? Wie soll ich? Feuer? Ich glaube, das muss einfach nur lange genug sein, dass er sich selbst hochzieht. Ich habe Quadrat gedrückt. Okay, sie hat sich hochgezogen. Und wo muss ich denn? Wie lange da muss ich denn? Ah. Ich bin leer. Das kaut komplett leer. Ja, ich habe jetzt noch etwas anderes, aber da ist es jetzt nicht so geil mit springen. Zielen. Ich muss nochmal springen, okay. Jetzt sind wir schon mal zusammen. Die menschliche Reise braucht Verwaltungen. Du wirst uns verwaltungen? Du bekommst alle deine Ideen von Konik-Buch-Villänen? Du bist ziemlich grün, ne? So. Oh, habe ich gar nicht gemerkt. Okay, wir sind gleich. Oh, geil. Ich bin ziemlich auf dich fixiert, ne? Passt schon. Ich muss jetzt nicht wissen, was wir hier noch genau machen müssen. Ich spring mal runter. Ui. Ich kann jetzt versuchen, ihm in den Rücken zu schießen. Wenn er sich auf mich fixiert, wenn ich ihn ein bisschen mitgenommen habe. Oder wie längst ihn ab? Ich habe ihn in den Rücken geschaut. Ja, das scheint auch in den Rücken gezeigt zu sein. Jetzt macht er... Ui, ui, ui. Ich glaube, ich bin da 2 Minuten weg von. Ich bin da vorne, toll. Ja, aber er läuft zu hier, also. Luftschein. Ist er getroffen? Ja. Ja, immer noch vorne, ne? Ja. Aber der macht das zu. Er hat es dicht gemacht. Okay. Vielleicht kann ich den... ...aufschüss. Hilft das vielleicht? Ich weiß nicht. Ich heim mich mal, ne? Ja, mach das. So rum. Wo schläfst du? Hilft das glaube ich nicht. Hm. Jetzt ist er runtergehüpft. Ich glaube, das war das von Segen. Mit einem Waffenbewerb kommt er da nicht weit. Ich habe an die Medien gelegt. Ich war mal so frei. Ja. Vielleicht kann man ja doch da rüber springen. Kann man ja nicht runterspringen. Er ist dran vorbeigelaufen, der Wichser. Schön dran vorbeigelaufen. Ich gehe da mal runter. Er ist wieder vorbeigelaufen. Rüber springen, rüber springen, geht nicht. Jetzt hat er es getroffen mit seinem Arm. Hilfe, 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 Hilfe. Runterspringen zurück, komm mal. Auch nicht. Okay, also wir sind hier. Auf der Insel. Gefangenen. Oder muss man den irgendwie hier drauf führen und dann ist das dann abbricht oder so? Komm mal probieren. Ich habe es nicht mehr im Kopf. Ich weiß nur, das ist... Das war eine ganz doofe Lösung. Das ist 100 pro dann hier irgendwie drauf. Hallo, guten Tag. Das sieht so aus wie das Teil, was oben bei der Brücke abgebrochen ist. Also von der Farbe her sieht das genauso aus. Ich gehe jetzt mal hier hin. Dann soll der mal hier hochlaufen. Dann springen wir mal runter. Dann gehen wir auf den. Ich gehe schon mal hier hin, ne? Jetzt weiß ich nur nicht genau, wen er sich als Ziel ausgesucht hat von uns beiden. Ich glaube, mich, weil... Oder ich gehe doch nach Hause. Ich habe keinen Bock mehr. Die schießen nur auf mich. Ich gehe nicht. Dann trifft er mich nicht. Gute Frage. Ich bleib mal genau so hier stehen und machen nichts. Ja, ich verballeriert hat meine komplette Munition. Ich weiß nicht, ob das ich mal... Ah, jetzt hat er sich... Ich schmeiße den jetzt mal runter, nachdem ich zwei Minuten lange gestanden habe. Mit meinem Ding rumgewählt habe. Hm. Ah, wie ging der noch? Ich hoffe es nicht mehr im Kopf. Es war etwas ganz doofes. Das weiß ich noch. Aber was? Ich glaube, das muss doch irgendwas mit dieser Zunge da zu tun haben. Vielleicht kann ich auch versuchen, wenn du den ablenkst, dass ich hinter den gelange. Vielleicht war es auch das. Ich habe echt keinen Plan mehr. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe noch viel in den Spielen. Ich habe noch viel in den Spielen.